Hallo und herzlich willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands an unsere neue Nummer 27, Davy Selke. Ja, Davy Selke ist jetzt fest beim FC verpflichtet worden. Ja, sein Vertrag geht bis 2024 und er wird die Trikotnummer, wie ich es schon gesagt habe, die Trikotnummer 27 tragen. Ja, wie gesagt, 27 mit der Trikotnummer verbinden wir natürlich auch vieles. Und ja, unter anderem auch viele Tore. Das hoffe ich natürlich auch, dass er das packt, dass er es schafft, aus seinem Tief, sag ich mal, ja, aufzuerstehen. Ich meine, man muss ja auch dazu sagen, das hat ja auch Anthony Modest gehabt mit der 27 in dem Fall. Da hat er ja auch ein Loch gehabt und hat aber dann am Ende durch Baumgart auch, ja, wieder sein Feuer entdeckt, sag ich einfach mal. Und ich hoffe auch, wie gesagt, dass Davy Selke sein Feuer entdeckt. Mal schauen, ich wünsche ihm alles Gute. Wie gesagt, er ist ja schon das ein oder andere Mal in meinen Videos aufgefallen oder allgemein vorgekommen. Dadurch, dass wir halt durch verschiedene Stürmer immer wieder auf Davy Selke halt auch zurückgekommen sind. Jetzt ist es, wie gesagt, ja, Fakt. Hertha hat auch direkt Nachschub geholt. Also die haben direkt auch einen neuen Stürmer verpflichtet. In dem Fall Florian Niederlechner, nun mal so als Randnotiz. Also die haben sich auch direkt verstärkt. Ja, wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf Davy Selke und hoffe natürlich auch, dass er, wie gesagt, ja, jetzt die Rückrunde rocken wird. Sein erstes Spiel beim 1. FC Köln im Rhein-Energie-Stadion vor 50.000. Das Spiel ist schon ausverkauft. Ja, wird auch gegen seine Vergangenheit sein. Jetzt nicht gegen Hertha, aber gegen den SV Werder Bremen. Auch da hat er natürlich eine kleine, ja, Vergangenheit zu. Also mal schauen, vielleicht kann er da den Bremern direkt schon, ja, ein paar Tore reinballern. Das wäre natürlich nicht verkehrt. Ja, wie gesagt, schreibt gerne mal eure Meinung jetzt gerne in die Kommentare. Was sagt ihr zu diesem Transfer? Findet ihr, jo, das ist ein guter Transfer? Sagt ihr, ich habe Zweifel? Oder sagt ihr, ne, das war komplett ein Griff ins Klo? Damit haben wir, habe ich auch schon viel gelesen, dass manche gesagt haben, ja, zweite Liga direkt gebucht und keine Ahnung und direkt einen perfekten Zweitliga-Stürmer gefunden. Ein absoluter Blödsinn. Abwarten. Wie gesagt, der Baumgart, da hoffe ich auch fest dran oder glaube auch fest dran tatsächlich, dass Baumgart was aus dem Davieselke machen kann. Und ich würde mich einfach tierisch freuen, wenn das wirklich klappen sollte. Dann kann man nämlich gerade die, die jetzt halt sagen, ööö, schlecht und hast nicht gesehen, gerade die kann man dann wieder schön einen reinwürgen, so nach dem Motto, hä, siehste, haben wir doch wieder alles richtig gemacht. Deswegen, mal schauen. Wie gesagt, Modest war genauso, da hat man auch viel gesagt und dann am Ende kam wenig. Dann kam ein Steffen Baumgart und er hat wieder ihn zur alten Stärke kommen lassen. Und da bin ich halt auch in der Hoffnung, dass das auch beim Davieselke passt. Wie gesagt, er ist von einem Stürmer her, Typ ist er auf jeden Fall wie Toni. Er ist groß, er trägt jetzt die 27 sogar. Also von daher, ähm, ja, kann das eigentlich nur klappen. Wie gesagt, optimistisch soll man ja immer bleiben. Und wie gesagt, schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Ja, das war es erstmal. Wie gesagt, freue mich auf jeden Fall, dass wir jetzt schon mal einen Wintertransfer haben. Vielleicht kommt ja auch noch ein weiterer, mal schauen. Wenn es wieder was Neues gibt, dann melde ich mich natürlich direkt wieder bei euch. Und bis dann, macht's gut, euer Nils und ciao.